Hallo! Wie geht's? Was machst du gerne? Gehst du gerne klettern? Ich gehe gerne klettern. Ich wohne in der Nähe von den Alpen und dort kann man super klettern. Und ich gehe gerne spazieren. Ich mag frische Luft. Und du? Und ich schwimme gerne. Das macht mir Spaß. Und es ist gesund. Und du? Schwimmst du gerne? Ich tanze auch gerne. Tanzen ist super. Ich höre gerne Musik und ich tanze gerne. Was ist deine Lieblingsmusik? Was ist dein Lieblingstanz? Was ist dein Lieblingssänger? Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Was machst du gerne? Erzähl es mir. Tschüss!